sehr herzlich willkommen zu einem neuen video auf dem kurix kanal und ja lange 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 ist es her dass hier noch mal ein video kam oder auch überhaupt ein livestream und ja der letzte ist schon bald drei monate her bevor in youtube sich die zahl von zwei monaten auf drei monate ändert will ich noch mal unbedingt ein video hochladen und ja das ist dieses video hier und wie ihr schon im videotitel sehen könnt höre ich auf mit youtube und ja ich habe mich jetzt schon mit dieser frage länger schon mit beschäftigt wie ihr auch merkt ich zeige montan sehr viel inaktivität was ich allerdings ändern will aber auch einschließlich auch nicht weil diese video bearbeitung so dass es halt ein bisschen mehr arbeit und wenn ich jetzt zum beispiel sag ich mal ein livestream machen will das ist gerade mal eine sache von fünf minuten wo ich gerade mal kurz in youtube die live einstellung ändert und dann immer im programm einfach auf starten klicke und ja jetzt stellt sich die frage höre ich auf mit youtube mache ich mit rich weiter oder höre ich komplett mit der ganzen sehne auf und diese frage beschäftigt euch als zuschauer sehr wahrscheinlich auch insbesondere meine community die wahrscheinlich jetzt in den drei monaten aber bald schon drei monaten in aktiv ist was auch zum teil meine schuld ist beziehungsweise komplett meine schuld ist aber ja diese frage beschäftigt mich hat schon sehr sehr lange und ich würde sie euch auch gerne sagen aber nicht in diesem video sondern im nächsten was morgen kommt morgen um 18 uhr schaut auf jeden fall vorbei und ja man sieht sich tschau dann auch dann Untertitelung des ZDF, 2020